Heute das zweite Video zu den Gegenteilen. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen auf meinem Kanal German Fräulein. Heute haben wir das Thema Gegenteile. Ich lese euch jetzt die Gegenteile vor und vielleicht versteht ihr ja sogar schon ganz viel. Wir fangen an. Alt und neu, alt und neu. Heiß und kalt, heiß und kalt. Süß und sauer, süß und sauer. Voll und leer, voll und leer. Fleißig und faul, fleißig und faul. Arm und reich, arm und reich. Krank und gesund, krank und gesund. Rund und eckig, rund und eckig. Schwer und leicht, schwer und leicht. Links und rechts, links und rechts. Pünktlich und verspätet oder unpünktlich. Pünktlich, verspätet, unpünktlich. Einfach und schwer, einfach und schwer. Entfernt und nah, entfernt und nah. Schön und hässlich, schön und hässlich. Locker und fest, locker und fest. Billig und teuer, billig und teuer. Einfallslos und ideenreich, einfallslos und ideenreich. Das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr konntet viel verstehen. Danke, dass ihr dabei wart. Abonniert sehr gerne den Kanal. Schreibt in die Kommentare. Teilt das Video. Macht alles. Hauptsache, alle können ganz schnell Deutsch lernen. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal. Tschüss, bis bald und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss, bis bald und auf Wiedersehen.